Präferierst du eine Map? Oder hasard, Misty Mutiny? Äh, pfff, das ist ziemlich leicht. Oder hasard, Misty Mutiny? Nein, auf keinen Fall eine Nachtmap, das überstehst du nicht. Ich mag ja schwörte Bedingungen, Nacht. Das ist grottig. Okay, ich hab mich nicht gewählt, auch gut. Ich magst du gar nicht. Ich mein, ich find hier, äh, Blackcliffe eigentlich immer ziemlich witzig, abgesehen davon, dass es ein King of the Hill war. Also als Deathmatch, wenn sich dann, man muss sich einfach mal die ersten 5 Minuten des Spiels nicht finden. Dann fliegt man so im Kreis und es wurde an seinem Spawnpunkt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich an der Pyramidien lag, aber ihr wart ein bisschen langsam immer. Und das ist mir beim letzten Turnier bei der Pyramidien auch aufgefallen. Die ist mir, ist mir zu langsam geworden. Also, ihr könnt auch was anderes nehmen. Müßt nicht. Wurde die Pyramidien nerft, oder was? Ich hab keine Ahnung, aber sie hat sich definitiv langsam angefühlt als sonst. Oder hatte vielleicht einfach keinen Mundschein dabei. Kannst natürlich jetzt auch was mit dem Watcher nehmen, wenn du willst. Also. Spiel. Crass Aida. Äh, Schweig wurde ja wirklich, äh, angeblich irgendwie genervt oder so. Aber die empfehle ich dir auch nicht, weil da muss man sehr schnell sein. Aber ne Goldfisch kannst du denk ich mal auch nehmen, wenn ne. Goldfisch mit 2 Gatlings. Äh, und. Na, Watcher. Ja, ja, Watcher und 2 Gatlings. Obwohl. Was machen wir hin? Ne, mach. Mach Watcher und 2 Light Caronades. Äh, Barking Light Caronade. Und das letzte, ist egal. Alter, mach einfach Minenwerfer hin. Wobei. Kann ich noch Schiff wechseln? Hm? Kann ich noch Schiff wechseln? Ja, klar. Okay. Ich weiß gar nicht, was ist denn da hinten eigentlich für den Winkel drauf? Ja, guck ich gerade. Das ist relativ weit nach hinten. Ja. Ähm. Ja. Minenwerfer. Mine, 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 Mine. Wo bist du? Mine, wo bist du? Mine. Da. So. Das war jetzt aber ne, ne Hure dabei. Super. So neu da oben. Ich hab da noch nie von der Waffe gesehen. Meint ihr wohl? Die, 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 die. Heckwaffe ist neu. Okay. Okay. Also, wirklich neu. So neu wie das zweite Gunner-Tool. Metamydion. Wir sind jetzt genommen. und da purple, ähm, die ist okay. Können wir disablen. Wollten wir mal was zu trinken. Jetzt im Kühlschrank zur Auswahl. China-Sauce? China-Sauce? Oder Cider? Cider. Rate, was ich genommen habe. Die China-Sauce. Mensch, da kann ich jetzt richtig geil die Hülle mit reparieren, wenn ich Spanner und ein Mellet nehme. Ja, eigentlich brauchst du gar kein Engine mehr. Außer fürs Löschen. Ja. Am besten machst du, reparierst du alles mit. Und ich lösche nur und buffe. Kannst du, mach mal das mal nicht. Was? Wieso denn nicht? Wenn du dich auch ausschießen musst, weißt du? Genau, ich schieße nochmal. Ich muss auch mit beim Schießen. Alles mal eher ran reparieren und die A hier kommt dann ans Steuerrad. Okay. Ich habe ein Steuerrad gefunden. Ich bin Steuerer jetzt auf mich. Jetzt musst du nur noch den F3-Knopf finden. Ich kann halt in unser Engine schießen mit dem Windwerfer. Schick, schick. Ist es dann ein Exploditor? Ja, ja, das explodiert dann, wenn du das triffst. Wumm. Puckin da jetzt rein. Ach, das ist die Map. Ah, ah, okay. Wo muss ich denn hier ans Engine? Na, so hier vorne, Hülle. Du hast sehr viel Weg. Die Seitenkanonen nehme ich rein theoretisch noch. Es sei denn, es kommen zwei Gegner in unsere Range. Und du musst nichts reparieren, dann kannst du durchaus mitmachen. Ansonsten, ja, halt. So, wurden entdeckt. Hä? Spottet mal bitte. Hallo? Da vorne, da vorne. Direkt geradeaus. Okay, wir sind zum Glück außer dem Range. Oh, wäre zu schön gewesen. Er geht aber rein, deswegen gehst du auch. Ja, mach ich gerade, mach ich gerade. Bin schon voll auf dem Vorwärts. Alles gut. Ah, da ist Dingens. Da links ist dieses andere Pyramidon Ding. Können wir vielleicht auch hingehen, das wäre nicht schlecht, denke ich. Ja, du müsstest noch mal rein. So, komm her. Einmal disabled, hoffe ich doch. Ja, sieht gut aus. Aua, aua, aua. Hülle brennt. Hülle ist kaputt. Nö. Jetzt nicht mehr. Also noch nicht dann. Jetzt ist sie gleich wieder kaputt, wenn man vom Teufel spricht. Was ist denn Schwachsinn? Meine Watcher brennt. Dreh dich mal nicht nach rechts, sondern... Äh... Äh... Ich meine, du hast Glück, du kannst nach dem Turnier das dann alles auf deinen Controller schieben. Die anderen sind dann halt einfach nur scheiße gewesen. Entschuldigung. Das Ding fliegt sich viel, viel ganz anders als die Junk-Konisch-Ewin. Ja, das ist... Ja. Und ich denke immer, wenn ich rückwärts fliege, muss ich invertiert lenken, aber nein. Sag mal, dass er vielleicht in Deckung gehen sollte, oder vielleicht jetzt noch... Ich denke nicht. Ich glaube, der stimmt da jetzt sowieso. Wie sieht's bei dir aus? Überlebt der das, oder? Ansonsten kannst du trotzdem dort spawnen. Das sieht scheiße aus vielleicht. Ich kann da, glaube ich, mal spawnen. Ja. Nein, hat die Ehe jetzt gerade geschossen, so einen Scheiß. Ja. Dieses Drecksviech. Jetzt ist er jetzt tot, also. Erstmal tot. Nee, ist er nicht. Loll. Warte. Ja, wie ist denn tot? Loll, der ist nicht tot. Loll, der hat getan. Ja, einfach mal... Das hält uns auf, aber nicht die Körse. Die hat halt einen X-Ray-Blick. Bye. Vollhack. Und dann spawnt dort hinten und sagt nichts. Wo kommt die Mine her? Ah, von uns. Okay. Falls sie uns hinterher fliegen. Alter, Vater. Wo ist er jetzt? Dort hinten. Okay, wir fliegen um den Berg. Ah, da unten ist die Pirmidion. Und da ist eine Crusader. Wenn du still hältst, kann ich hier... Alles. Jawoll. Ah. Ah, jetzt? So, auf die Pira, oder? Ja, erstmal auf die Pira. Beziehungsweise jetzt auf die Crusader, weil die uns mehr Seite zeigt. Ah, jetzt kommt die Pira ran. Ah, noch nicht so weit. Trotzdem. Sag ihm mal, dass du die Pira kriegst. Sag schon, auf was das Ziel. Er ist noch die Pira? Ja. Können wir sich auf die Pira konzentrieren? Das war glaube ich, ich bin okay, aber... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, da! Was ist er hin? Loll, da oben. Jetzt. Jetzt siehst du irgendwas. Die Pira ist auch genau. Ich bleib mal stehen, wunderbar. Treff ich halt. Das Ding wackelt so sehr. Ich kann nicht mal während des Schießendes sehen, wo es hingeht. Ähm. Steig mal und sink mal immer so ein bisschen hin und her. Das kann ich korrigieren, aber da kommen sie mich. Die dann nicht mehr klar beim Treffen. Um zu Pflege, er geht da ziemlich hart rein. Ja, dann... LOL. Auch. Du hast gar nicht gelacht. Aber mit ein bisschen Abstand. Weil... Die Watcher noch... Halt, Abstand. Okay, abstehe ich halt, Abstand. Okay, abstehe ich halt, Abstand. Ja. Ja. Jawoll. Ähm... Der Ding ist, du kannst du gerade auf die linke Seite da gehen. Wenn möglich auf den Ballon zielen, ne? Ich weiß nicht, wo der ist bei dem. Wow! Hoi! Hoi! Ja stimmt, der Ballon bei dem Ding ist scheiße. Der ist so versteckt innen drinne. Ein paar Ballonchen. Ja, verpiss dich! Der hat einen Hole-Break. Das ist nicht so schlecht. Die Körper muss jetzt einfach nicht sterben. Ach, scheißdeck. Ähm... Sag mal, er soll unbedingt auf der, auf der Crusader bleiben jetzt. Könntest du jetzt bitte auf der Crusader bleiben? Könntest du jetzt bitte auf der Crusader bleiben? Er versucht's. Und rückwärts gehen. Ah, komm schon. Jawoll. Oh, wir sind am Rand der Karte. Jetzt können wir... Oh, wir sind am Rand der Karte. Nice. Ähm... Loki, rechte Seite. Ja, das war alles weg, oder? Bitte, äh... Oh, jetzt ist es weg. Ist zu tief. Oh, der stirbt gleich wieder. EBAín. Flörgert rein. Raus hier. três, zieht rein raus hier, wegldt kl centralized raus. Okay. Flögress, alle klientSerien! thats Anything saved! Hehehe. Na, wie ein Medicine Industry ist mal umgegangen. Das sind sie their stories C2, Wunderbar. Die Pirro ist ziemlich low, also die müssten wir jetzt möglichst unbedingt bekommen. Hallo Berg! Also dafür, dass ich gerade mit Vollgeschwindigkeit das Ding gerammt habe. Findest du eigentlich erstaunlich, dass wir keinen Schaden bekommen haben? Flieg rückwärts. Meine Watcher brennt. Ja, die ist immer irgendwie ständig im Reparatur-Ding, da kann ich nix machen nimmer. Ich weiß auch nicht, wie da kommen. Oh, da ist nichts zerstört. Ich glaube es auch. Vorwärtsgang, voll rein da. Vorwärtsgang, voll rein? Okay. Und wenn möglich mit der Hülle rammen, nicht mit Ballon. Das ging auf dem Ballon. Einfach steigen und immer rammen. Äh, wir sterben gleich. Ach, ich krieg den Mörser nicht mit. Ach, scheiße. Na links drehen, kurz. Ich kann ihn auch schon, es geht nix. Ja, du hast die ganze Zeit hier Zeugs drin. Ja. Scheiße, danke. Ich seh da noch, alle Engines kaputt und noch Nitro drin. Ja, hallo, das war das schwache Nitro. Sei froh, dass da kein Moonshine drin war. Sei froh, dass ich die Engines hier nicht gleich kaputt mache. Wäre ja echt so. Ja. Was war denn das? Ich hab grad drei Steuerräder aufm Berg montiert gesehen. Nice. Das Spiel ist immer wieder geil. So, jetzt wird getauscht. So, jetzt wird getauscht. So, jetzt wird getauscht. Ähm, dann swap bitte einfach mal, keine Ahnung, Jirus mit Eran. Das Schiff. Ja. Jirus ist AFK, bitte mal Bad Crow mit Eran tauschen, zum Beispiel.